so hallo und herzlich willkommen hier bei dr spirit und mr wine trockenes wissen für flüssigen genuss trockenes wissen für flüssigen genuss genau hat er sich ausgedacht wobei wir sollten halt eigentlich mehr spaßiges wissen für flüssigen genuss oder stimmt keine ahnung ja heute haben wir was ganz besonderes hier naja wir vor allem bleibt es nicht trocken ja das das ist auch schon mal gut da freue ich mich schon die ganze zeit dass wir nämlich gleich was probieren und was das heute ausgepackt oder also ich habe mir gedacht gedacht wir kümmern uns einfach mal um eine einzelne rebsorte interessant ok hat man eigentlich gehabt eine der rebsorten die moment nicht nur sehr beliebt ist sondern auch weltweit immer mehr an bedeutung gewinnt ja und es gibt ja so ein ranking wie für fast alles und die rebsorte gehört zu den 20 meist angebauten rebsorten auf die welt hat mittlerweile in zehn jahres also alle zehn jahre macht man sozusagen so eine art mikro zensus und zählt halt wie hat sich die fläche und die beliebtheit hat auch verändert und sie gehört halt zu den oder nicht die gehört halte sie ist die zweite beliebteste weißweinrewe direkt hinter dem platz eins rangierenden chardonnay jetzt hat er viel geschwärmt aber über welche rewe sprechen wir jetzt eigentlich irgendwas muss man ja so ein bisschen als kleinen kinder als cliffhanger als cliffhanger genau letztendlich behalten nein es geht um sauvignon blanc ok sauvignon blanc in deutschland erst seit jüngerem halt im anbau beim ein oder anderen winzer auch da haben wir zumindest eine flasche hier stehen also rhein-hessen und auch in anderen an pfalz in vielen anbaugebieten haben die winzer darauf gesetzt halt auch mit sauvignon blanc herum zu experimentieren ursprünglich allerdings kommt die rewe natürlich ganz woanders her aus aus frankreich okay zwar aus dem loire tal das ist natürlich 100 prozent alles sicher weil es ja teilweise wirklich auch tausende von jahren zurückgeht in der historie aber man vermutet sehr sicher das als sauvignon blanc mit der urheimat im loire tal zu finden ist weil es eine natürliche mutation ist die aus den beiden rebsorten kranina und kranina und chemie blau ist halt auch in der loire sehr sehr verbreitet in der bereich und aus diesen beiden ist das sozusagen eine mutation entstanden natürlich also keine gezüchtet ja nicht durch den menschen in irgendeiner weise angestuft sondern einfach durch die massenhafte nebeneinander in der natur herumstehen da mutieren pflanzen schon okay das bleibt natürlich nicht aus und was ist das besondere an diesem sauvignon blanc eigentlich dass er jetzt auch so ein halb offenbar erlebt die ist ja schon eine schöne rebsorte und in frankreich selber hat sie sich auch über die lange zeit auch über die loire hinaus verbreitet also wir haben hier zum beispiel ein jardin des anges den garten der engel ein tourens sauvignon das ist eine touren ist eine unterregion am oberlauf der loire wo er halt auch auf ganz bestimmten kalkigen böden als natürlich eine ganz andere geschmackliche anmutung dann auch hat und wir haben hier einen sauvignon blanc der aus dem bordeaux bereich kommt mit petit vertico ist halten ein ein landwein igp atlantique das ist die landweinregion des bordeaux ja und da ist es so dass er natürlich auf ganz anderen böden steht ja da merkt man dann halt so ein bisschen wirklich diesen begriff des terroirs also der herkunft ist okay also schmeckt man schon den unterschied das sollte man das wenn wir gleich vielleicht erst stellen weil wir werden halt nachdem er in frankreich halten sehr sehr hohen stellen wird hat gehört zu den acht beliebtesten weiß man reden in frankreich auf jeden fall ist es halt so dass wir nachher einen aus neuseeland passieren werden okay spielt denn dann nur der boden auch eine rolle oder ist es vielleicht dann auch noch das klima die sonne die wärme die dann dieser sauvignon blanc traube dann auch noch mal einen besonderen geschmack verleiht das ist bei jeder trau her letztendlich so die reden haben natürlich zum beispiel jetzt wieder wenn ich neuseeland noch mal aufgreifen wir haben eine ganz bestimmte bodenstruktur die auf den verschiedenen den beiden hauptinseln neuseelands halt auch ganz unterschiedlich ist in marlboro da ist es halt so dass da eigentlich die der ursprüngliche hype für seeländischen ja in ihrem lohn hat er begonnen hat wo natürlich in neuseeland auch wirklich dem der rege zugute kommt dass sie eigentlich einen sehr frühen reifungsbeginn halt hat weil die ein sehr niedriges klima haben gleichzeitig ist es aber auch nie zu warm ist es also ein recht recht gemäßigt das klima was wieder der der aromenentwicklung meiner rebe halt zugutekommt während sie in eher heißeren regionen ja so ein bisschen schwächelt oder einfach zu schnell reif wird und er bleibt halt die aromaentwicklung dahinter okay bedeutet jetzt aber nicht dass wir jetzt zum beispiel diesen neuseeländer haben oder hier hast du noch einen aus südafrika dass er jetzt unbedingt schlechter sein muss vom geschmack nein das wäre ganz komm sonst hätten wir die auch hier nicht stehen nein es ist so dass zum beispiel auch gerade die südafrikaner haben einfach auch ein perfektes klima also südafrika ist das land mit mit eigentlich allen klimazonen in einem einzigen land das gibt es sonst kaum irgendwo in so kompakter form ja und gerade auch in südafrika sind viele weinberge halt erst bestockt worden nachdem man sich hat angeguckt hat was kann da besonders gut darauf wachsen okay ist das eine besonders wieder nicht widerspenstige aber nicht keine widerspenstige rebe sondern eine widerstandsfähige rebe eigentlich das sauvignon blanc weil es war ja mal eine zeit lang also sichtlich schon mit sicherheit hunderte von jahren zurück oder ich weiß nicht wie viel aber da gab es ja dieser diesen pilz befall bei den weinreben und dann ging ja vieles kaputt und ich weiß nicht so da war es die reden aus ich glaube ich war es genau das war halt um das jahr 1900 um eine weltweite katastrophe für den für den weinbau aber es ist sowieso so dass heute alle trauben und ich glaube da müssen wir irgendwann dann auch noch ein eigenes video zu machen unterschiedlichen trauben an das ist das alle traum heute halt aufgepfropft sind es sind keine ursprungsreben mehr das heißt die haben andere wurzeln ja als oben halt ist man kennt das auch vom rosen veredeln wo man unten heißt ein widerstandsfähige rosen unter stumpf nimmt ja da drauf halt zur veredelung eine besondere blüte in rosenform das ganze gibt es halt oder hat sich damals eingebürgert weil die reblaus ist eine nordamerikanische tierart die nach europa eingeschleppt hier natürlich auf reden getroffen ist deren wurzeln ganz anders weicher sind sie halt fressen können während sie die amerikanischen die nordamerikanischen wurzeln weil das holz halt einfach auch anders ist da gingen sie halt nicht dran und deswegen tropft man heute die original reden halt eben seit über 100 jahren tropft man halt auf entsprechende unterlags reden aus der nordamerika interessant ich wollte sagen genau wie schon im weifen hat ja immer noch ein beschenkt einfach schon mal ein ein schenk mal ein trockenes wissen sein aber nicht genau so viel sollen trocken weil es mich auch noch mal eine frage weil weil wir gesagt dass mit diesem auftupfen das man jetzt schon ganz interessant auch schon etwas dazu gelernt aber wenn wir mal auf der messerbahn zum beispiel haben ja auch die ein oder anderen davon gesprochen dass auch diese alten sorten wieder langsam kommen jetzt hört mir nicht unbedingt was eigentlich was ich geld bin ich glaube ich mal sondern sondern ja ich bin halt auf einer obermose bespricht im bereich hat wir sprich sah eigentlich die sind nie verschwunden aber die werden halt auch werden die auch größtenteils werden ich habe immer gedacht die würden dann irgendwo noch so eine alte pflanze finden würden sagen hey kommen die packen wir mal rein machen was raus wird mir also sei es ist nicht so man man hat auch jetzt heute wieder eine rückkehr des reblaus problems ok das ist ja nie verschwunden ja das ist wie ja sie ist halt hier heimisch geworden er findet ja wahrscheinlich auch immer noch nahrung trotz der der verknappung nicht man als reden anders handelt aber es gab halt jetzt nachdem sie scheinbar weg war gab es halt vor ein paar jahren wieder ob in frankreich spanien gab es wieder fälle wo die reblaus wieder aufgetreten ist okay und wo sie halt auch ja eben auf wurzel echte nebenstücke getroffen ist interessant deswegen da wird man wahrscheinlich großflächig wieder hin kommen es gibt immer irgendwo noch parzellen ja überall in deutschland überall auf der welt speziell zum beispiel auch in chile halt lange jahrzehnte das land sehr abgeschaltet war ja dann probieren wir mal da fehlt mir noch was an das gibt ein ganz tolles geht von hans moser das heißt die reblaus kennst du das weil da sind ja nämlich ja ich müsste in meinem früheren leben eine reblaus gewesen sein wo ich den wein nicht trinken sondern beißen kann man machen wir probieren ist aber ich immer diesen zur video spielen dass ihr nicht vielleicht oben irgendwo weiß genau liegen kalt einmal schauen ob es das gibt bei ja schon mal tollen duft dieser das ist jetzt der franzose der eigentlich immer ein bisschen weniger verschwenderisch ist also etwas schwerer aufgrund hat aber eine schöne farbe und schönes helles wenn auch helles aber schönes gelbes farbtönchen hat auch ein schönes aroma finde ich kann man gut trinken weintemperatur finde ich passt auch ganz gut apropos weintemperatur am ende dieser dieser aufzeichnung dieses takes werden wir euch noch mal verlinken wir hatten beide mal einen schönen tag gemacht zum zum thema weintemperatur da könnte auch mal reinschauen auf jeden fall der ist ja lecker und er hat eine säure das ist halt auch bei souverinion blau sie hat halt säure aber sie ist halt nicht wie manche andere sind zum beispiel alias ging auch weiter ausgebaut wird man hat eine säure die halt die frische die frucht unterstreichen ja also ich finde ihn auch schön fruchtig hier denke ich jetzt ein bisschen an ja stachelbeere so ein hauch im nachhalt und auch kiwi vielleicht ja das stimmt also an die stachelbeere da würde ich jetzt auch mich dann wagen zu sagen ja da könnte was bei ist an die kiwi merke ich jetzt momentan noch nicht so haben in der tat du hast natürlich recht im vergleich zu einem riesling der ja auch ganz toll ist aber da merkt man doch noch ein bisschen mehr diese diese säure die ein bisschen mehr auf der zunge perlt und prickelt und hier ist das so eine schöne ausgewogene geschichte zwischen säure frucht und es im prinzip eigentlich auch ein schöner kann man sagen sommer war das auf jeden fall ein toller alltagswein für die gelegenheit also ob als essensbegleiter zu welcher sind würdest du in dem was würdest du sagen also da würde ich zum beispiel irgendwelche fischigen sachen verschicken irgendwas leichtes mit lachs schöne salate deswegen also oder hat wirklich auch zum grillen aber da ob er zur currywurst passt weiter aber es ist auf jeden fall ein schöner gut trinkbarer tropfen ja ist eigentlich besser den wein einfach nur so zu genießen denn manchmal habe ich so das gefühl wenn man ihn wirklich zum essen trinkt dann kann es auch mal sein dass so dieser geschmack so ein bisschen verloren geht weißt du wenn jetzt okay ich nehme mir zum fisch oder was weiß ich wir nehmen denn zum zum stück bauchfleisch gegrillt irgendwie dann habe ich manchmal das gefühl dass so dieser dieses bauchfleisch das egal was man jetzt dann ist dass das so ein bisschen ich weiß nicht würdest du das kann man das so sagen dass das auch da machen wir glaube ich noch mal die separaten test pairing von wein und speisen werden wir glaube ich noch mal separaten aber es ist ein nicht kompliziertes aber durchaus längeres thema als wir jetzt hier kurz ja dann müssen wir nichts noch mal machen das ist das ist spannend ich glaube das könnte viele andere auch interessieren hat wie man am besten ich muss ganz ehrlich sagen dass er mir so auch schmeckt da brauche ich nichts zu essen dabei käse aber ist nicht meins muss ich dann sagen okay ist ein kleines unter der leiter sagen viele menschen ja sagen viele menschen ja und das ist nicht meins da stehe ich zu und wir müssen jetzt der kürze der zeit wir wollen auch nicht übertreiben nein das stimmt auch wenn noch ein paar minuten ist es halt so dass wir jetzt einfach mal den hunky dory hunky dory ist übrigens in neuseeland ich weiß nicht ob das im englischsprachigen raum überhaupt sowieso so ist ist das ein kleines fischerboot also wie hier nach wirklich auf abgebildet als man das sieht gut erkennen ansonsten ist in dem fall ein bio tropfen der halt wirklich von der insel formal aus dem anbauen der marlboro halt kommt was eigentlich auch sehr bekannt das mal auch für die rot war der marlboro county das genau wo der cowboy mit der zigarette im mundwinkel reitend durch die gegend ziehen nein hier ist der duft ja ganz anders genau und das ist halt auch das ihnen sein des feiner leichter 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 feiner und man merkt es halt auch die farbe ist identisch würde ich jetzt fast sagen ja leichter ein bisschen kann ich sagen vielleicht aber im duft halt so ein bisschen zurückhaltender feiner feiner und man so spricht etwas komplexer irgendwie hatte ich das gefühl jetzt auch sehr viel sehr viel üppiger von der frucht ja irgendwo das war schon ja ja jetzt bin ich ja auch immer gespannt der finde ich gut dann aber auch nicht schlecht aber sind ja wirklich ein gefälliger zarter einer ja die fruchtnoten kommen auch durch die säure schiebt sich so in der wahrnehmung ja hier nach hinten ja hier hatte ich bei dem französer ich das gefühl dass ich das so ein bisschen die waage gehalten hat säure und frucht ja und hier was ich hier überrascht hat war halt dass ich weniger grasige und kräuterigen oben geschmeckt habe die hatte ich eigentlich bei welch soll ich etwas einfacher so ein tropfen hatte ich dir eigentlich erwartet weil das ist auch so wie nur typisch dass er halt so ein bisschen grasiger ja teilweise eben nicht so mengen begrenzten und weniger qualitätsorientierten anbau ist und hier ist es jetzt wirklich so dass es so ein ganz geschmeidiger die säure halt ist immer noch da aber ja sie ist nicht so präsent sie ist grundsatz nicht alles andere unter ja und das ist halt wirklich so dass das feine nicht der gegenentwurf aber noch eine ergänzung kann auch er so bietet bitte so bietet so wie die und blau hat wirklich auch in jeder herkunft eine ganz andere anmutung von geschmack ein bisschen mehr ausgeprägt an dem oder in dem bereich wir haben hier zum beispiel bei dem co2 neutral übrigens produzierten in neuseeland haben wir auch als melone kiwi und kapstachelbeere beziehungsweise die meisten eher als physalis bekannt drauf als aromen und ja also in diesem bereich also diese exotischen eher grünen gelben früchte her und eben auch so ein bisschen hier würde ich auch sogar dieses millionen unterschreiben da bin ich ganz bei dir ja würde ich sagen also ich denke mal da muss man sich schon selber so ein bisschen ran tasten und mal was ausprobieren man ist man dann womöglich beim neuseeländischen paradestück dem cloudy bay das ist der der den ruf neuseeländischer so video bloß begründet hat bis man da halt gelandet ist nicht schlecht ja auch ein bisschen teurer ist ja okay gut auf jeden fall denke ich habe jetzt mal so einen kurzen knappen einblick in den sauvignon blanc gefunden der oder von nicht verträgt uns noch ein und das ist noch weg genau und ja am besten wie sagst du mal entweder unten leiten oder irgendwas in die kommentare schreiben uns irgendwie kontaktieren wenn fragen aufkommen wir sind gerne bereit das selbst zu recherchieren falls wir es nicht wissen aber hier sitzt halt geballtes wissen das ist halt das kriegen wir dann auch irgendwie unter oder eben auf jeden fall liken abonnieren die glocke an machen die glocke an lassen wie das bei youtube sonst noch so heißt also keine ahnung seid aber auf jeden fall und habt spaß und ja wenn alles gut bei ihnen bedeutet spaß genau bis dann macht's gut tschüss und